118 Meter Das war wirklich etwas merkwürdig Etwas merkwürdig Ich hab die Pfeile wieder aufgefrischt dann Was sind hier immer für Gespräche? Mann, warum wollen die Leute so reden heute? Was ist denn los? Kollege Ach der Stall, ja, äh tschüss Bis bald Wir könnten das Pferd bei Zeit mal wieder quicker machen oder so Wie ist der denn gerade gegangen, wie bei der Puppenkiste Wat? Da ist 100 Probenblatt oder? Jooh, alles klar, tschüss Ok, das wissen wir schonmal, das ist gut Ansonsten dies, dies, das Was? Woll ich da nochmal hindüsen? Was hab ich denn da noch markiert? Sag mal Ok, das Blatt kann ich Ok, warte So Let's go Ähm 400 Meter Komme ich hier aus dem Moloch wieder raus? Da hinten, alles klar Nein, lass das, lass das, lass das, lass das So Gut Dann lass mal gucken da hinten im Dorf Da wartet noch was auf uns Das Pferd passt gerade nicht mehr so gut, ne? Ich wünsch das geflügelte Pferd wäre weiß Dann aber einmal diesen Den schwarzen Draugenhengst Und einmal dieses weiße Pegasus ähnliche Geschöpf Mit eigenem Namen, den ich immer vergesse So So Oh Seht mal da, ein Riese Oh nein Mhm Mhm Verstecken und Jagen ist ein echtes Kriegerspiel Gut, dass ihr es spielt Spiel doch mit, die hier sind leicht zu finden Aber du bestimmt nicht Los, versteck dich mit den anderen Wenn ich gezählt habe, jage ich euch wie der mächtige Fenriswolf Alle verstecken sich, während ich zähle Und wenn ich fertig bin, suche ich euch Los, versteckt euch, aber bleibt im Dorf Außerhalb vom Dorf gilt nicht Hier bin ich schon Aber für dich ist auch noch Platz Ja gut, dann Aber ich bin, ach Ich bin ja am Stroh, ne? Das ist okay, glaube ich Okay, Bragi wurde schon gefunden Schlechtes Versteck Bin mega enttäuscht Okay, Bragi im selben Versteck Das ist nicht so schlau Mal gucken, ob Krümel gefunden wird Meine erste Idee war, aufs Dach zu klettern Ich komme näher, sagt er, da hinten irgendwo im Blumenfeld So, wie lange hat er Zeit? Läuft ein Timer? Was? Ich hab nicht ewig Zeit Wir müssen noch ein Königreich retten Jetzt sucht er da hinten Seine Wolfslasen und eine Fährte auf, ja Aber leider ganz woanders, hinter dem Haus da gerade Meine Wolfsnase nimmt eine Fährte auf Wo ist er denn? Da ist er Da ist er Du 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 Reite weg, keine lange Suchen Alle verhungert Joaah Komm raus Riese, du hast gewonnen Na gut Moin Ich mein's ernst Ich mein's ernst Ich mein's ernst Du gewinnst Ich gebe auf Riese Jaja, ich bin da rausgekommen Der Riese hat gewonnen Was hab ich denn gewonnen? Der Riese im Schatten, der nie gesehen ward Lebt wohl Kinder Spielt schön und haltet euch warm Ein Kriegerspiel In diesen Zeiten müssen selbst Kinder vor zweibeinigen Wölfen fliehen Ja, das stimmt So, versteckt wir Verstecken und Jagen, macht euch bereit So, das hat funktioniert Ich dachte, ja Krümel hat uns nicht verraten, ne Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit Ehrenkrümel Hashtag Ehrenkrümel Muss man einfach mal sagen Ähm Hat uns nicht verraten Wulfrun Könnt man glaube ich noch nicht, ne Aber hier würde ich dann gerne als nächstes hin So Let's go Ja, ist ja gut Ja, Ehrenkrümel Oh, schön Krümel ain't snitch Schön So Ach, da haben wir wieder Kollegen Ah, schön So, okay Ding 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 Irgendwann werde ich gegen die hier mal wieder kämpfen Irgendwann werde ich gegen die hier mal wieder kämpfen Also gegen die auf dem Radar Da kann man uns bestimmt bald mal wieder ranwagen Was ist denn hier los Was ist denn hier los Lass mich raten Verfluchtes Gebiet Oh, bitte kein Bitte kein 160er Kampf Was ist denn hier los Bitte kein 160er Kampf Was ist denn hier los Oh ja, komm Oh nein Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse Jetzt kriege ich wieder auf die Fresse Ich weiß genau Da gibt's auf den Sack Ja, natürlich gibt's da auf den Sack Ich rieche das schon Mal gucken Und wir haben jetzt Wir haben jetzt die zwei Hände dabei Aber die sind ganz schön langsam Also mal gucken was passiert Sag mal Drei Töchter Und ich glaube die Masken sind das Emblem für die Oh, was ich nochmal machen sollte Genau Ja, das soll ich nochmal machen Lass uns überraschen Ähm Drei Töchter sollt ihr sein Drei Töchter fein Okay Diese Eigentlich dürfte ich die Traugenrüstung gar nicht nehmen Weil ich auf Ich hab ja Bär gemacht Vielleicht können wir irgendwann reskillen vielleicht Auf Ich weiß noch gar nicht was Ja, vielleicht auf Wolf Ich hab keine Ahnung Naja, wir werden eh sterben Sie musste viel erleiden Bevor sie starb Wir auch gleich Lerion Diesen Mann kenne ich nicht Er wurde betrogen und ermordet von denen Die seine Freundschaft zurückwiesen So wie du es nun tunst So warte doch Ich bin nicht dein Feind Dunkelheit soll herrschen Und du sollst darin vergehen ... ... ... ... ... Ja, nein Lass mal Da hab ich auch gar kein Interesse Alter, ich mach dir halt gar keinen Schaden. Ich mach dir nur Schaden. Alter. Ähm, also erstmal, erstmal Tiddies und zweites Mal habt ihr gesehen, was die mit einem kurzen Schlag gemacht hat? Die hat einmal kurz mit einem leichten Schlag getroffen und ich bin halt, puh, so runter. Junge, Junge, Junge. Äh, ist, äh, ja. Hu, 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 hu. Ha. Die geht aber mit knapp über 100 schon. Ich weiß nicht in welchem Leben, wir sind jetzt gerade 130 oder so. Ich weiß nicht in welchem Leben die mit knapp über 100 geht, aber wir haben gar kein Damage gemacht bei der. Und die hat uns quasi mit einem Schlag sofort runtergezwiebelt. Mit einem leichten Schlag. So. 340, gut. Da würd ich sagen, da kommen wir mal später wieder, wa? Ja. Maximale Stärke ist 400. Ja, das wird, das wird lustig. Hm. So. Bin sicher, dass hier ganz viele aus dem Chat easy geschafft haben, wie immer. Ja, klar. Aber auf, äh, Stufe Albtraum Plus oder New Game Plus. Auf New Game Plus hab ich die mit Level 20 gemacht. Also, gut, das hat dann 10 Minuten gedauert, aber das war ja kein Problem. So, äh. Ja, die lasse ich erstmal aus. Mal gucken, wer da oben ist. Ja. Ich hab das Spiel nicht mal und hab's geschafft. Ja. Ja. Genau so. Träumchen. So, also mit sehr viel Geduld und Ausdauer kann man das bestimmt schaffen. Aber die hab ich jetzt gerade nicht. So. Das ist glaub ich eher was für privat dann. So. Schön. Das lo- Hier stimmt etwas nicht. Das ist ein Fluch. Hätte ich meine Augen noch, würde ich dir selbst seine Pracht zeigen. Land des ewigen Nebels. Bitte, begleite mich auf meinem täglichen Ausflug durch dieses magische Land. Ich suche das Weitblau. Die Dunkelalben haben mich vertrieben. All fame sagst du? Hast du den Trank eines Seers getrunken? Nein. Ich bin vielmehr völlig blind. Aber die Lichtalben führen mich durch dieses Reich. Ich kann es spüren. Der Weg ist voller Freude. Durch die Kraft der Lichtalben. Und am Ende wartet das dritte Paradies. Das Wiedblein. Das Weitblau? Das Höchste aller Reiche? Höher als Valhalla selbst. Die magischen Schalen von Muspel, entflammt von Lichtalben, leiten mich. Wir werden das Weitblau zusammen sehen. Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Ich spüre die Lichtalben. Ihnen liegt ein tröstlicher Zauber inne. Hier sind sie. Ähm. Wirst du von hier? Ich komme von Selund und schloss mich Gudrums Zug durch die Sümpfe an. Doch als ich mein Augenlicht verlor, ließen sie mich zurück. Lagen da gerade tote Wölfe? Bitte, erleuchte den Weg nach Alfheim. Oh. Gerade wo der Game verlost. Sehr schön. Das nächste Game ist raus. Deinen Freunden. Die sind in Selund. Aber sei's drum. Ich habe die Lichtalben, die mich lieben und für mich sorgen. Äh. Okay. Okay. Cool, dass das klappt mit der Keyverlosung. Dass wir nebenbei haben, weil wir die ganze Zeit Keys verlosen. Voll geil. Erleuchte den Weg nach Alfheim. Ah, ah. Wir sind schon so nahe. Nur noch ein letzter Schritt auf dieser Reise. Ja. Das ist der Weg. Zum Waldblau geht es über den Schwanenweg. Ich kann es sehen. Ein Wellenroß wird uns weiterbringen. Waldblau ist der Horizont oder was meint der? Boot brennt. Wo ist er denn? Äh, Kollege? Ach so. Ich düdel mal ein bisschen rum, ne? Ja, das funktioniert nicht. Das ist Freys Festung. Dort wohnt er. Oder viel mehr tat er es. Bis die Dunkelalben kamen. Äh, okay. Waren wir nicht schon mal und haben da aufgeräumt? Ich räum mal kurz auf, ja? Ich räum dann mal kurz auf. So. Wir machen mal kurz die Dunkelalben platt. So. Beide Zeit! Wir sind abgelaufen! Ich bin noch nicht fertig. Braucht ihr Lust und Hilfe! Ich bin von Höhenlosen umgeben. Ah! 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 Direkt immer noch. Oben war noch einer, ne? Ja, wir waren ja schon mal. Oh, keine Pfeile mehr. So, da hinten auch noch, alles klar. Oh, diese Schleudertypen sind so nervig, ne? Lass mich verflutbar, Mann! Die sind so nervig. Oh, sind die nervig. Spick die Sau mit Federn! So, mit Autoloot hätt ich grad gelootet. Wäre es nicht gut, einen Rudel zur Hilfe zu holen? Ach, Quatsch. Einmal plündern. Ach, das ist er, das ist er ja. Wo müssen wir eigentlich hin? Das Waldblau gehört dir. Gehe in Frieden, alter Dränger. Ah, ja. Das Reich ist sicher. Vorerst. Leb wohl. Dränger. Dankeschön. Yeah, Kohlebarren. Uh, hey, endlich. Nice. Okay. Das Reich ist... Alles klar, warte mal kurz. Da muss ich mal kurz gucken. Na, 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 na. Geht's hier überhaupt rein? Ich klopf mal an. Das wird schon irgendwie gehen. Ich hab die Truh letztes Mal nicht mitgenommen. Jägerhose and the starsheriffs from the sky. Can you feel the Jäger inside? Jäger. So, Briefe an den Spallingeanführer. Herr, ich vertraue darauf, dass es Lincoln gut geht und dass die Erträge des Skiers reichhaltig sind. Ich schreibe aus dem benachbarten Skier von Granthaberg, wo die Männer und ich uns in einem Sumpfgebiet eingenistet haben. Hier errichten wir eine Lagerstatt mit Hilfe der Priester aus den Klöstern der Umgebung. Wir ließen ihnen die Wahl und sie entschieden sich dafür, am Leben zu bleiben. Sobald wir keine Verwendung mehr für sie haben, senden wir sie zu dir und lassen sie wissen, dass es einen neuen Gott gibt, dem sie dienen können, Bilfrid. Der gute Bilfrid. Immer wieder am Start. So. Ja, dem geht's jetzt gut. Alles klar. Was ist das hier? Ich guck mal kurz, ob die kleinen silbernen Punkte vielleicht auch was anderes sein könnten. Das werden nicht alles Seiten sein, ne? So. Ja, Bilfrid war wirklich so ein bisschen Assassin's Creed, ne? Äh, Quatsch. War wirklich so ein bisschen Herr der Ringe. War wirklich ein bisschen Assassin's Creed, also da war jetzt wirklich ein bisschen drin. So. Warte, warte. Da hinten oder da drin? Ganz kurze Frage für das Gewinnspiel. Würde es helfen, wenn ich da unten was in die Kacheln dazu schreibe? Also, dass man den Befehl da vielleicht copy-pasten kann. Eventuell. Wäre das vielleicht, äh... Wäre das hilfreicher. Ja. Jaaaa... Gut, vielleicht... Ähm. Morgen! Oh, das ist wirklich der falsche Punkt, wo wir hinlaufen. Welcher Punkt ist das denn hier? Warte. Ich glaube, wir laufen zu dem hier, ne? Gerade. Was auch okay ist. Da wohnt man eh hin. Okay. Warte mal. Nee. Da wohnt man hin. Okay. Gut. Ich komme aus einer Bergbau-Gegend. Bei uns gab es nicht viel. Hm. Ach so, ich kann das gar nicht... Entschuldigung, ich kann das gar nicht ohne die Paneele schreiben, weil wir das Keyword hier immer austauschen. Ah, okay. Ja, das stimmt. Das funktioniert so nicht. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht hilfreich, aber das funktioniert so leider nicht. Weil wir es nicht upgraden können. Und vor allen Dingen, während ich streame oder im Game bin, schwierig. Oder ich müsste es jedes Mal wieder neu hinschreiben. Mal gucken. So. Oh. Okay. Hm, 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 hm. Riecht nach verbranntem Torf. Nein. 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 Das ist nicht der, wo wir hinwollten. Ist das... Ist das... Dann haben wir die dritte gefunden, ne? Ich glaube, wir haben die dritte gefunden. Die andere war da unten. Im Berkelmoor. Im Berkelmoor. Wir haben gerade die dritte gefunden. Okay. Warte, warte, warte. Äh. Ich speicher mal. Vielleicht. Warte mal. Ich mache mal ganz kurz Folgendes. Vorsichtshalber. Ich tausche mal ganz kurz eben meine Rüstung wieder aus. So. Lalalala. Und speicher mal danach. Wie wäre denn das? Äh. Hier. Ich sollte eigentlich wirklich die Bärenrüstung leveln. So. Wo ist sie denn? Damit haben wir die drei Töchter gefunden. Aber... Da hängt aber keine. Okay. Ich speichere mal lieber. Schnell, 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 schnell. Ja, gleich. 720 Stärke. So, warte. Oh, Junge. Die Schändung ist erst komplett, wenn man 50.000 andere Totenschädel daneben liegt, mit denen die nichts zu tun hat. Da ist die Schändung aber... Holdrio. Okay. Goneril. War unsere Würde nicht genug? Kehrt ihr zurück, um meine Familie zu verhöhnen? Und meines Vaters Opfer? Verrückte Seherin! Ich bin nicht dein Feind! Welcher der Verräterkönige schickt... Edmund? Burgred? Ella? Ich folge keinem König. Und auch vor dir knie ich nicht. Wer eindringt, wird geholtet wie die anderen auch! Okay, die ist nicht rot. Die ist nicht rot. Woher? Woher? Oh, Alter! Junge! Ja, merk ich schon. Oh, Alter, ich erwisch die halt gar nicht. Hör auf zu porten, du Hure! Alter, wie die portet. Ei, 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 im Fallen porten. Also wir kriegen die... Wir kriegen die wahrscheinlich klein. Jetzt konnte ich nicht mehr ausweichen, geil. Alter, ist die ätzend! Fick dich! Entschuldigung, macht mich sauer. Ich kann nicht mehr ausweichen. Also ich meine, das Ausweichen mit... Pfff! Die weicht nicht mal mehr aus. Flinkere Waffen werden, glaube ich, ganz gut. Außer bei der brauche ich auf jeden Fall schnellere Waffen. Die macht mich sonst fettig. Alter. Wenn ich dich hole, bin ich nicht! Die Axt ist Arsch langsam. Die macht mega Wumms. Außer, wie geht's? Alter. 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 Niami! love! Nua! Niami! Nyi! Nyi! Ich brauche mal was zu schnabulieren. Gibt es hier Pilze oder so? Keine Pilze? Pfeile gibt es. Die haben wir schon. Warte kurz, da sind auch Pilze. Oh, das sind die. Ich fühle mich gut. Die Waffe ist zu langsam. Bis wir ausgeholt haben, ist die immer schon mal weg. Die ist immer schon weg. Die ist sogar... ...sogar zum Blocken zu langsam. Die Achse ist viel zu langsam. Die ist zu flink. Bis wir angegriffen haben, ist die schon durch. Die macht zwar massiv Damage, aber vergiss es. Geschendet mit so viel Zorn, wie ich es selten sah. Und Leute, bitte nicht Backseat-Game. Ich weiß, dass man blocken kann. Aber ich versuche die ganze Zeit den hier zu machen, weil wir dann diese Zeitlupe anmachen. Verstehst du? Ich will das nicht immer wieder erklären müssen. Seid mir nicht böse. Ich muss das bei jedem Kampf erklären, dass wir das immer machen, weil wir den Skill haben mit der Zeitlupe. So, jetzt ist die Frage, können wir die mit anderen Ächsen besiegen? Ich wünsche, ich hätte zwei Speere. Das hier ist der Führersperr, ne? Ja, okay. Ich wünsche, ich hätte einen zweiten Speer. Ich probiere es vielleicht mal mit nicht ganz so viel Damage, aber dafür... Der Drachenschild war, glaube ich, auch sehr schwer, ne? Ne, der war das nicht, warte mal. Der war sehr schwer, der war auch sehr langsam. Leichter Schild. Plus 3, leichter Schaden. Verstärkung, ich mach mal hier lieber blocken. Hau ich mal da rein. Der Hammer ist ja auch langsam. So, ich will mal ganz kurz probieren. So. Ich hoffe, das geht. Ich hoffe, das geht. Mal gucken, was passiert. Welche Schlacht spiel dich aus? Nicht mal getroffen. Mit einem Special. Oh. Jetzt muss ich erstmal wieder blocken lernen. Und vielleicht die schweren... Als ob sie uns mit der Zeitlupe Damage macht, weißt du? Was ist das? Grausames Weib. Alter, ich hasse mich. So, kurz mal. Warte mal. Oh, Tumpa? Ja! Oh, Tumpa! Oh! Wenn ich dich hole, bin ich näher! Oh! 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 Oh, oh! Oh! Lauf weg! Gut gemacht, Kriegerin. So lange durchzuhalten. Nun hält mich nichts mehr zurück. Muss ich dir die Augen nehmen? So tue ich es. Oh, gut. Was? Was? Willst du mich verarschen? Ich brauche mal einen Pilz. Ah, da kann ich nichts anderes. Na toll. Ja, genau. Irgendwohin. Ah, fuck, schaffen wir nicht. Nein! Fuck! Oh, Alter. Boah, ist die nervig. Ah. Die ist... Ist die ätzend. Fast geschafft. Ja. Richtige Drängersau. Ist schon nice. Ist schon nice. Ich habe irgendwann auch nicht mehr geblockt. Ich bin nur noch ausgewichen. Und dann habe ich nur noch versucht die ganze Zeit. Die hat mich auch Nerven gekostet. Oh, warte mal kurz. Äh, warte mal. So. Gut. Vielleicht zweite Einhandwaffe. Nee, bringt ja nichts. Das bringt nichts. Wenn du einmal zuschlägst, die beamt sich ja sofort weg. Die ballert sich ja sofort weg. Hallo? Gamepad? Ah, ich muss mit der Maus wieder rein. Warte mal. So. Der hat die besseren Pilze. Welcher Schlacht spiel dich aus? Haben wir eigentlich die Pilze voll? Doch, haben wir, ne? Oh, schuldigung. Welcher der... Ich... Habe ich die Nahrung überhaupt voll? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Der eindringt, wird geholzet wie die anderen auch. Nein, ich konnte nicht mehr ausweichen. Scheiße. Ich darf nicht so... Ich darf nicht so drängen. Ich muss ein bisschen... Erhebt euch! Shit. Wie da Schatten gerade noch sind, der herkam. Hast du gesehen? Im Fluch. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Wir brauchen auf jeden Fall eine größere Tasche für Pilze, ne? Auf die Falsche geflogen. Oh, nein. Mann! Ich komme bei dem Ding aber auch nicht weg. Oh, nein. Als ob der Schatten mir hinterher fliegt mit 30 kmh. Oh, Alter. Du rennst, der Schatten fängt auch an zu rennen. Und dem kannst du halt nicht ausweichen. Kann ich ausweichen. Ganze Ausdauer weg. Einfach so. Oh, sie ätzend. Alter, ich muss was anderes machen. Alter, ich muss irgendwas anderes machen. Sonst zerlege ich hier irgendwas. Ich werde gerade richtig sauer. Alter, dieser fucking unblockable Scheiß. Boah, ich reg mich gerade voll auf. Dieser unblockable Scheiß ständig. Und du hast nie Ausdauer wegen so fucking Giftwolken überall. Ich mache kurz was anderes, um mich zu beruhigen. Wir kommen aber sehr gleich wieder. Okay, warte. So, warte, 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 warte. Kurz zwischendurch muss ich leider immer wieder den hier machen. So. So. Und irgendwelche beschissenen Klugscheißer brauche ich nicht, wenn ich gerade sauer bin. Die dann irgendwelche beschissenen Sprüche machen. So. Das braucht keiner. Als ob nicht jeder den Moment kennt, wenn man bei FIFA das Gamepad irgendwie Richtung Screen wirft oder so. Als ob nicht jeder diese Momente als Gamer kennt. Ganz ehrlich. Da bist du halt sauer. Fokussieren und zwei Spähe benutzen. Ich habe nur einen. So. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche ein bisschen. Ja, gebt mir ein bisschen Zeit. Dann könnt ihr gerne die Klugscheißer-Sprüche raushauen. Weil ihr das alles wisst, genau wisst, wie es geht immer. Das ist genau wie die Leute beim Fußball sagen. Ja, ich habe das Tor gemacht. So. So Gegner machen einen richtig aggressiv. Ist aber auch so. Ich bin nicht sicher. Der Speer war aber glaube ich eigentlich ganz gut, ne? Ich glaube, der Speer war eigentlich ganz gut für die, aber ich glaube, ich bin zu schlecht für die. So, was denn hier? Ah, okay. Probiant war voll. Was ich auf jeden Fall brauche, ich brauche eine größere Probiant-Tasche. Die müssen wir auf jeden Fall. Und die Frage ist aber, im Inventar, können wir die denn überhaupt mal wieder upgraden? Ich habe das schon ewig nicht gemacht. Wir brauchen dafür vier... Papier. Zwei Papier. Der Köcher ist auch nicht so groß, ne? Also hätten wir das jetzt noch... Ja, die Ausrüstung können wir auch noch verbessern. Das Problem ist, wir brauchen dafür Sushis. Wobei der Hundenbogen geht. Der Speer geht sogar auch. Hier brauchen wir, glaube ich... Beim Schmied Sushis. Ja, wir können... Also, die können wir auf jeden Fall verbessern. Habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Vielleicht eine gute Gelegenheit. Lohnt sich bei dem Spiel das Schleichen? Ja, auf jeden Fall. Aber nur, wenn du... Äh... Also, nur wenn du das auch machen willst. Du musst halt nicht schleichen. Nicht Grundmaterialien. Okay, wir brauchen Leder. Das heißt, wir müssen liebe Tiere schlachten. Die Rüstung ist Weg des Wolfes. Ich weiß. Ich weiß, ich weiß. So. Eigentlich sollten wir Weg des Bären leveln die ganze Zeit. Ich weiß. So, können wir da irgendwo reinschießen? Boah, die hat mich gerade echt aggressiv gemacht, ne? Hab man zum Glück nicht gemerkt. So. Haa. Vermerk eines Jägers. Drei Nächte lang habe ich auf der Lauer gelegen. Nichts. Kein Geräusch. Keine Stimme. Keines der merkwürdigen Ereignisse, von denen mir übereifrige Zungen in der Aal... ...in der Aalch-Stube berichteten. Wenn es nicht zu mir kommt, dann muss ich zu ihm. Was auch immer, wer auch immer es sein mag. Ich fürchte nur Gott, keine Dämonen. Mein Bogen ist gespannt. Meine Pfeile bereit. Der Dolch an meiner Hüfte. Die Hände sind ruhig. Okay. Ich hatte sie heute auch. War schon hartes Frauchen. Ja. Ja. Muss ich jetzt kleine Kissen... Sag mal. Gehst du mal da runter? Ja. Ja. Na toll. Da war ein Eingang. Okay. Ähm. Müssen wir uns die kleinen goldenen Kisten sammeln, um Papier zu kriegen. Aber ich will nicht die kleinen goldenen Kisten sammeln. Obwohl hier ist eh nix. Aber... Pro Kiste ein Stoff. Wie kam es dazu, im ersten Fight gegen die wenig Schaden und bei den Folgeversuchen, wie du mehr Damage gemacht hast? Ich hab die einfach in Folgeversuchen viel öfter getroffen, weil ich beim ersten Mal eine sehr langsame Axt ausgerüstet habe. Und die ist viel zu schnell für die Axt. Muss ich jetzt wirklich die kleinen Kisten sammeln, um... Müssen wir wirklich die Mini-Kisten jetzt auch unbedingt sammeln? Weil wir haben einige von denen mitgenommen, da war aber nicht so viel Papier drin. War so sauer auf die, dass ich mein Game deinstalliert habe, weil ich so sauer war, um wieder runterzukommen. Ach ja. Erinnert mich an die erste Mittagserscheinung in Witcher. So, wirkt die gesamte Map für dich auch so klein? Wir haben die gesamte... Wir spielen schon seit 30.000 Jahren gefühlt und wir haben die gesamte Map noch nicht mal... noch nicht mal erkundet. Wie klein? Was ist denn... Klein? Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich wollte mich hier reinschleichen. Ich wusste nicht, dass es jemand sieht. Hä? Wer soll mich denn... Wer soll mich denn hier gesehen haben? Hier ist niemand gewesen. Oh, ich raus. Ich brauche die Axt wieder. Wer hat mich denn... Odyssey war deutlich größer. Von der Map her vielleicht, aber du hast ja mehrere Maps. Wir haben Nordwege, wir haben Asgard, wir haben Englerland. Ähm, das sind schon drei Maps. Und, ähm... Ich weiß nicht genau, wie man darauf kommt, dass die Map klein ist. Also, wenn dir das Spiel hier zu klein ist, dann weiß ich nicht, wo deine Maßstäbe sind. Sei mir nicht böse. Aber vielleicht liegt es dann nicht im Spiel, sondern vielleicht muss man das dann woanders suchen, woran es liegen könnte. So, nicht böse gemeint, aber... Und wir wollen mal festhalten. Oh, Entschuldigung. Und wir wollen mal festhalten. Qualität nicht gleich Qualität. Oh, Entschuldigung. Jetzt kann ich gar nichts mehr... Sag mal... Sag mal... Wieso... Wieso verliert er sein Schild nicht mehr? Jetzt hat man... Das wollte ich sehen. Ich glaube, ich war zu nah dran. Jetzt bin ich sowieso patzig noch. Ich bin aber noch salzig. Hab gesagt, salzig. Halt mir nach! So. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen, Leute. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. So. Da oben. Da oben. Ist die größte Karte der Reihe. Ach, sieh an. Du wirktest nicht sauer. Ich hab bei Gothic 3 ungepatcht meine Maus an der Wand zerschlagen, als mich ein Wildschwein ohne Angriffsanimation getötet hat. Ich werfe zwar mein Gamepad ab und zu mal, selten. Aber hab dabei noch nie eins kaputt gemacht. Kleeblatt. Oh, endlich. Die Freude. Okay. Das war der einzige Punkt hier. Ähm. Was war denn jetzt in der Kiste? Ich hab nicht darauf geachtet, weil ich die ganze Zeit auf den Chat gucke. Ich hab jetzt nicht darauf geachtet. Scheiße. 160. Könnt mir theoretisch machen. Wir können ja auch wieder ein paar Kloster ausrauben. Fällt mir gerade auf, ne? Und wir haben hier, wir haben ja, oh Gott, hier gibt's ja auch noch so viele. Oh, das ist Lunden. Oh, ja, ja, natürlich ist das Lunden. Ja, ja, das, oh Gott. Das ist so ekelhaft da. Hm. Ich hab mal ein Fenster eingeworfen, weil ich meinen Controller weggeworfen habe. Okay, da würde ich, glaube ich, okay, ab nach Lunden. Scheiße. Hat er sich gerade besiegt? Ich war zwei Minuten weg. Ja, ja, ja. Ja. Ja, hab ich. Bin durchgerannt wie durch Butter. Durch einen gebutterten Lachs. Hm, hm. Hm, hm. Hm. Ich fand ja auch, dann, äh, Smithern. Okay, wir haben eine Menge Kisten hier, um Gottes Willen. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich ganz Lunden ausrauben will. Ach, ich hab ein Loch in meine Tür geboxt, der Controller war mir zu schade. Ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich salzig werde und mich aufrege, weil man spielt ja auch von Leuten. Ähm. Aber es gehört halt einfach manchmal dazu. Manchmal gehört es halt dazu. Ähm. Ja, wo ist denn die Truhe? Meine Freundin hat ihren kleinen Bruder mal abgeworfen, als sie gegen mich verloren hat. Seitdem spielen wir nur noch mit Kabel. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ähm. Okay. So, warte. Ist das das hier mit dem Pferdchen? Ja, ne? Da müsste das sein. So. Da drüben. Da drübe. Ein Freund hat mal den Controller beiseite gelegt, aber dafür für lauter salzig den Bildschirm eingeschlagen. Boah, sowas ist mir noch nie passiert. Noch nie. Also. Pan und ich haben uns mal durchbeleidigt. Gegenseitig. Bei Soul Calibur. Alter. Ich glaube, da haben wir uns für einen Moment gehasst, einfach. Und es war trotzdem sehr lustig im Nachhinein. Und wir haben beschlossen, das nochmal zu machen. Das, äh, ja. Prügelspiele sind nicht unbedingt beziehungsfördernd. Vor allem, wenn einer anfängt, Assi-Moves zu machen, weißt du? So diese, die man immer wieder holt und so. Wenn man so anfängt, Moves zu spammen. Oh ja, oh ja. Ich war das nicht. Wollte ich nur sagen, ne? Ich war das nicht. So. So, hä, was denn? Hä? Also brauchen wir wirklich einen Schlüssel? Ob wir hier irgendwo einen Schlüssel kriegen? Oh ja. So. 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 Hä? Jetzt ist der da. Schmucker Vogel. Ganz normales Raben falten, ne? Finde ich auch. Ne? So, okay. Ähm, von oben kommen wir nicht rein, ne? Ich glaub, von oben geht's nicht rein, da wächst nur Gemüse aus dem Dach, aber... Wir brauchen wirklich einen Schlüssel, aber der kann Gott weiß wo sein. Da war doch grad noch was, ne? So. Da ist der Schlüssel. Oder ein Schlüssel. Man weiß ja auch nicht so genau. Okay. Oh, natürlich hat die Wache die Schlüssel. Oh, natürlich hat die Wache die Schlüssel. Los, hau ab! Das ist geschnitten! Augenblick mal! Ein toten Arzt! Knappt euch die feige Sau! Du Abschaum! Dann kriegst du einen Pfeil in den Rücken! Du hast es so gewollt! Ich wollt nur den Schlüssel! Und da tauchen, schnell! Sehr viele Krähen hier! So! Ich wollt nur den Schlüssel! Ich wollt die nicht alle verprügeln! Ich wollte eigentlich nur den... So mal! Joaah! Gut! Damals war das eben so um den Krähen. Aber weißt du was? Das war toll!